Ja, Alter, dann ist der tot. Du kommst nach zwei Minuten wieder in deinen scheiß Garage und kannst wieder ein random starten, du fucktade. So, jetzt zeig mir mal, welche Heavy... Hier oben das meinst du, ne? Ja, unten auch. Egal, welche Seite, Eki. Ist egal, von welcher Seite. Wenn du da holst, kannst hier unten Heavys... Oh, nicht Arthas. Arthas, ja gut, Arthas auch, aber... Hoshi, das mit Arthas. Zumal, warte mal, zumal... Hier noch 213er rein, dann kommt da keiner mehr hin. Ja, eben. Zumal, das heißt, die von hier unten können tun, was sie wollen, gegen oben. Da passiert einfach nix. Und hier drüben, wisst du, hier reichen zwei Mäuse, hier stellst du einen hin oder zwei und dann hier an die Kante noch einen oder ein... Oh, lol. Ich hab hypnotisiert gerade, hört auf damit. Faktor nicht. Warte mal ganz kurz, habt ihr Bock, dass wir das jetzt abbrechen und dann kurz da diese Polargebiet, oder wollt ihr das jetzt noch machen? Lass uns den Zugriff machen, dann machen wir das mit dir mit Polargebiet, oder? Na gut, alles klar. Boah, wer sind die cool Boys hier? Mann, wieso, wie kriegt man die Kreise so groß? Oh Gott, das ist schlecht. Runden auf 100 oder so Stellen bei den Kreisen. Warte mal, was hat Maus erzählt? Irgendwas mit erschießen, was? Hab ich jetzt nicht so ganz verstanden. Oh, Yannick. Also, äh, er hatte mal so ein ganz kleines Problem, dass er geteamkilled wurde von drei Leuten aus Rain und er hat quasi so mit indirekten Schussbefehl mit seinem Video auf Rain freigegeben. Äh, ich komm online, fahr ein paar Randoms, erstes Random, äh, im E100, werde von unserer Maus rausgeschoben, äh, bis er nicht tot war, dann schreibt sie mir freundlichen Grüßen von Maus. Ey, jetzt. Er hat mit einem Teamkill, über den er sich aufgeregt hat, etwa 60 Teamkills hinterhergezogen. Einfach so richtig retard. Okay. Ja, aber, und dann, und dann, und dann wird, wird er halt zugeflamed, oder? Dann kommen, kommen die Aussagen und man versucht ihm irgendwie was zu erklären und das Entschuldigungsvideo ist dann so eben nach dem Motto, ja, wenn ich, wenn ich in Afghanistan rumgelaufen wäre und irgendwelche Leute freiwillig erschossen hätte, also Verbündete erschossen hätte, dann hätte, wäre das auch ein, also, hätte es halt, wäre das ein Debakel in Deutschland gewesen. Und mit dem deutschen Staat und nicht einfach nur, ja, das war jetzt der böse Akku. Aber wenn, wenn wir das machen und du nimmst das ja auf, äh, kannst du dann die Namen schwärzen? Äh, man sieht eh nicht. Wusst du nicht. Man sieht eh nicht, wer gerade redet. Nee, es geht nicht um reden, sondern ingame. Niki verliert der Ehre. Da kannst du sie ausschalten, Niki. Da kannst du nur die Texte. Niki, ja. Da egal. Aber, aber, aber jetzt mal, aber jetzt mal ganz im Ernst. Oh, die Franzosen. Was ist das für ein Plan? Oh, oh. Oh, Kraus, ja, ja, ja. Da ist mein Tidl dabei. Oh, boah, schon eine Fagette, die Frommage. Und man, die ganzen Spagette in den Arsch geschoben hat, so. Hallo, die Sturz jetzt. Ich brauche eine Wettstelle, die hier drüben spottet. Wie war der Revolust, ja, du Frommage. Ich brauche den TVP, der hier vorne spottet, quasi. Äh, wir schieben den Teil 5 und die Maus durch die Mitte durch. Eine Wettstelle hier drüben, die ganzen schnellen Sachen. Also der VTD, also Todesstern, geht hier lang. 268 kann erstmal abämmen und D3 kann sich schon mal hinten reinstellen. Ich mache recht, man muss sich mit dem TVP auf H7 spotten. Warte mal, wo stellt sich E3 wohin? E3 schon mal ins Gebirge, hier hinten rein. Achso, du meinst hinter dem Felsen da hinten? Ja, hier kannst du ja irgendwo was aussuchen, dass du quasi nach da abämen kannst. Wenn ich verabschiede, würde ich weiter rechts. Und das 268 dann auch dabei. Ich brauche eine Spotung nicht klein, ne? Weck dir bei uns, unser Dreamteam. Ja. Bitte? Capcon hat bestimmt 80 Euro für seine Gunmark bezahlen müssen, damit da jemand rein setzt. Äh, die Batchett hier hinten rausrotieren, mit hinten rein, 268 auch gleich schon mal ready machen, ne? Ich bin offen, Capcon ist ein Naturtalent. Vor dem Busch, vor dem Busch. Na gut, Miri, Alter. Ja, die Batchett lasst ja nicht mehr raus. 50 kmh, irgendwie, keine Ahnung. Das ist Gott, Alter. Wie bitte? 50 kmh, weil er anfährt, irgendwie, keine Ahnung, wieso. Miri weiß nicht, wie man boostet. Ich kannte. Ja, boostet nicht genug klein. Sollen wir da durchpushen, Aki, oder sollen wir zurückfahren? Ja, eigentlich sollten wir ja pushen, aber wir sind nur zu dritt. Man, easy, Quatsch. Dafür, die hat auch mal easy mitfahren können. Ja, ist halt Capcon, da kannst du hier nicht verlassen. Die beiden Medis müssen sich eventuell auch gleich mal verlegen, ne? Ja, so macht er seine 2 Gun Marken. Ja, ne, guck mal. Scheiß weg, der Kampferner. Danke, danke, geh auf Position, Batchett. Passt, danke. Nicht, dass wir uns jetzt counterpushen, oder so. Macht da mal langsam vorne. Na, hier fehlt eigentlich ne Batchett, die durchzufangen wird. Bist zu weit, Aki. Komm, Aki, ein bisschen mehr Cochones. Aki, ist zu weit, wenn wir jetzt einmal counterpushen, machen wir weg. Aki, ein Mann mit Eiern. Ja, ich bin spotted, hier ist Counterpush. Aki, Aki, auch Counterpush, weg, weg, weg. Aki, ist lieber innen rein, die ist wahrscheinlich da oder da so, ihr könnt da schon bleiben. Geht in den Busch drin. Hundertpro. Hab getroffen. Ja. Wie nennen sich das Mods? Welcher Busch? Komm, erklär uns. Ja, ich hab auch getroffen. Äh, irgendwas hat mich Blindshot gerade getroffen. Ne, doch nicht, hab doch nicht getroffen. Oh, moge. Hier noch ne andere Batchett? Ja, aber da war auch extrem viel Müll gerade, ne, also. Nein, das ist wichtig. Da bin ich nicht mehr raus, Leute, komm. Liri, ist da was bei dir im Busch, oder? Äh, ja, ja. Für mir ist das nicht lustig. Fehlt einfach das Richtige raus. Ja. Ey, Aki, soll ich mit der Maus wieder zurückfahren und bei unserem Cap-Deffen mit, oder? Ja. Der TVP, der TVP, guck mal. Denkt dran, das sind Franzosen, ihr braucht nur zwei zu töten, dann rennen die anderen weg. Ey, ey, Aki, ich hab ne dumme Idee, lass mich mal machen. Ja. Oder gar nichts. Dumme Idee, das passt. Oji, nein. Oji, nein. Er schießt die Herdregen, das war ein Franzosen- Franzosen- Franzosen. Ihr müsst jetzt einfach schön up-aimen, bitte. Oh, wir sind heute da. Nein, nein. Oji, du dummer. Nimm den Schweizer wieder an die Leone. Objekt, Objekt, bleib mal erstmal da hinten, so passt schon. Ich mach erstmal. Es nützt nichts, wenn deine Kanone gleich weg ist. Slammingtrain. Ich tippe, der TVP möchte wieder. Wadjet. Wow. Wir hauschen dich jetzt. Horschi, die anwinkeln, bitte. Oh Gott, dieser Horschi, ey. Immer diese Schweizer. Kann jemand wieder den Schweizer an die Leine nehmen? Das wird gar nicht. Doch, ich bin vorne an der Kante, ich hab's überlebt. Der Hundertzgeizner piekt übrigens auch die ganze Zeit echt behindert dahinten. Die Maus piekt auch richtig, wie karrtet. Ohhhh. Ohhhh. Die können die doch nicht ab, ey, die Jungs. Die können da voll pieken, Mann. Danke. Schaut mal. Könnt ihr nicht da unten Druck machen mit den Panzern? Ja, eigentlich ist der Crossfeuerein. Wo sind die Crossfeuermann? Die werfen sich doch grad von alleine weg. Ich soll's grad sagen. Immer mit der Ruhe. Also, ein, zwei Minuten noch und dann haben wir so ne hohe Überzahl. Dann kannst du machen was irgendwie. Na, außerdem hat doch Ronji gesagt, die flüchten doch jetzt eh. Hier sind ziemlich viele, die kann man auch blindshotten. Die sind alle da am rumgammeln da. Die sind alle schon im Graben. Das macht doch Sinn von unten. Die sind doch schon alle hier oben. Schlüpfgraben. Mach doch mal von da unten Druck oder nicht. Da ist ne Badshot. Warte mal. Du fährst da in den zwei Ink-Fossfeuermann und da rein. Das sind doch zu wenig oben. Wenn die da stehen, dann werdet ihr da bei der Überfall gefehlt. Ja, das ist super für ein eigener Franzosen. Mann. Halt noch auf zu gedenken, soweit. Hey, Miri, kannst du eigentlich auf dem 113er schießen? Ja, wenn... Beschießener Winkel. Beschießener Winkel, also kann ich auf ihn schießen. Okay. Da hinten ist nur noch das Obi drin. Der ist doch zurückgezogen. Ah, kurz. Ja, dann holt der. Dann müsst ihr jetzt. Dann müsst ihr da hinten und der E5 nicht zu weit rein. Ja. Jungs, wenn wir jetzt zu eilig was machen können, vielleicht verlieren wir zu viel Panzer eigentlich. Oh, das ist meine Mission. Die werden hier hinten Druck machen wollen. Los, 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 los. Juno1 legelt das. Ich wohne berufen dazu. Soll ich fahren? Nice. Nice. Boah, ein guter Badget-Fahrer da, dieser Miri. Hält's Maul. Besser als unser Maus-Spieler. Maus kommt. Das 907 dann. Wenn das 907 gesportet ist, geht das 907 bei der Maus. Och, Capcon. Der Kreis, der ist übrigens nicht schmeckt. Ich hab mir gedacht, du... Hier bei dem Cross, den müssen wir fressen. Mach's doch kaputt. Danke. Fährst du halt drauf? Ich dachte, gut, der Clips den halt sicher raus. Ach, das ist ja scheiße. Der ist 907 an, sonst ist einfach so... 2 von 4 ist so in Ordnung, oder? Ja. Für dich schon. Der 907er gehört echt genervt. Das Ding ist echt über-OP. Kannst du mehr als zufrieden sein, Capcon? War's das gar nicht wahr? Die Badget gehört viel eher genervt. Witz doch. Oh, du müsstest das probieren, so lange wie möglich allein zu halten. Ähm... Immer noch rechts pushen? Ja, hinterher! Hinterher! Das sind Franzosen, die laufen nicht für mich. Der Panzerkeller, kannst du da helfen. Die Persönlichen Hex gelaufen! Da kam ich hinter der Maus. Los! Ja, ich probier One-Heads rauszunehmen. Ja, ich probier One-Heads rauszunehmen. Der muss genervt werden. Oder zumindest die anderen auf One-Heads zu machen. Red-Chat ist übrigens leer, glaub ich. Oder? Da ist noch einen drin. Ja, Capcon räumt mich jetzt auf, wie es sich gehört. Wenn man dabei gar nicht mag, zu fahren. Akko, du musst auch ranfahren. Was Akko pennet? Äh, ja. Prof pennet auf die Maus, komm schon. Ja, ja. In 6 Sekunden. Ja, Barton auf Anspurt. Ja. Gold Loops, alles Gold Loops. Ich habe gemerkt, der ESL-Move mit den Meusen an die Mitte funktioniert bei 15 Gegner-Panzern nicht. Herzliche Quatsch. Danke, Maschi, danke. Du bist so gut. Maschi, weißt du, wie das Zeug aussah? Noll. Ah, Manu, Save-Shots bitte, dankeschön. Äh, wo ist der Schuss hingegangen? Manu, du musst nur 13er rausnehmen, also ist der... Kann man mit den 13er-Irgendwer... Oh, vielleicht nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ja, Leute, wir verkacken... Wir können das, ne? Ja, wir verkacken das noch, Leute. Ja, Ammo-Rack. Jetzt konzentriert euch mal. Nein, nö, aber ich hab die ganzen... Dann hab ich, Yannick, dann hab ich die ganzen TDs auch gekauft. Ja, halt die Schnauzig. Wisst ihr, warum das funktioniert hat? Aber hier kriegen nämlich mit 5 Panzern Easy die Übermacht deppen konnten. Weißt du, was das Schöne ist, Capcon? Ich war halt nicht mal offen, ne? Wie seh ich? Guck mal! Ey, das... das war jetzt das... Das war jetzt das beste Beispiel, dass man mit Kreuzfeuer einfach mal so und so viel Panzer aufhalten kann. Weißt du, aber der Maus hätte ja mal wieder gesagt, nee, fahren die Front sterben. Absolut. Oh, tschau! Oh! Warno! Wie sah denn das aus? Wollen wir bei dem... Jetzt überleg mal, wir hätten noch gute Spieler gehabt, die im Crossfire stehen. Wollen wir mal für den Übungsraum nachher Maus entweiten? Und stellt euch vor, wir hätten noch einen zweiten Kinderwerfer gehabt. Wollen wir für den Übungsraum nachher Maus entweiten? Ich meine, das wäre realistischer, oder? Nö! Oh, Hoshi, Damage machen muss man nicht, ne? Nö! Oh, Hoshi hat genauso viel gespottet, wie er HP hat, ne? Ja! Und ein kleines Häufchen noch drauf gesetzt. Das war mein einziges Ziel, Eki. So, Erlenberg, mein Polargeburt. Ich Vater. Überarbeite dich nicht. So, die Steffen, ich brauche eine GC, ich brauche vier Bad Shats. Ich brauche, äh... Eki? Haha, Tobi! Zwei Heels 7, 413er. Habe ich das... Ich habe das auch GC. Geh weg, Tobi! Zwei Heels 7, komm, kriegen wir das jetzt hin? Ich werde... Na, hab ich den Wundern ab. Wir haben zwei GC. Ich habe gesagt, die GC. Nicht T290. Achso, lass mal... Bungie, hast du ein 113? Weil der Bad Shat zu viel. Und, äh, Bungie hat doch einen 907, oder? Jo. Kannst du einen 907 nehmen? Jo. Dann kann ich... Merge ihm hier 7 fahren. Was willst du noch? Wir brauchen noch 213er mehr. Hab ich nicht. Wir brauchen noch eine Bad Shat runter, auf dem 113. Wir brauchen Capcon dann auf dem 907. Ich habe keinen 113er, deswegen lass mich die Bad Shat tun. Krivi, kannst du auf den 113er gehen? Kann ich machen. Also, fünf Bad Shats, na. Danke. Was ist? Nix. Übrigens, meine Theorie ist, 113er wird genervt, sobald viele Leute den haben. Weißt du, dann haben... Er wird gebufft. Ja, er wird gebufft. Hä? Genau. Er wird gebufft und du kriegst den 113er ja nicht mehr. Du kriegst ja auf dem nächsten Patch den... WZ. Eben. Beide, du kriegst beide. Beide? Ja. Beide, ja. Wo, du kriegst den 113er, wenn du ihn erforscht hast als Prim-Tank? Ja. Gut. Gut kombiniert, Torsten. Du kannst einfach von dem 9er WZ beide erforschen. Boah. 113er als Heavy tanken, das andere ist dann der Mediumersatz, oder? Nein, das sind einfach zwei Heavys, die du beide von dem 9er erforschen kannst. Ich hab gedacht, sie wollen den 113er als Print-Tank machen. Ja, aber du hast das Problem. Du hast gedacht. Es stammt. Nee, aber der hat gedenkt. Ja, ich fahre nicht. Ich fahre nicht. Äh... Er hat Pech beim Denken. Jetzt müsstet ihr mir mal kurz sagen, was glaubt ihr, was sie machen? Ich wollte ursprünglich eigentlich hier rüberfahren. Wenn alle ins Wasser fahren. Aber du fahren, wenn die hier lang kommen, oder? Ja. Waren bedingt. Ich krieg die von der Mitte aus alle gespottet. Ja, gut, das ist mir nicht so perfekt. Ich fahre. Okay, wir machen Standard-Move über die Seite erstmal. Sprich, wir fahren relativ schnell. Hier zwei Bad Shats außen, eine Spot, eine Support. Vorne übers Kloster. 100... Oder ne, die ist siebend mit mir hier unten ran. Unter 13 hier ist sieben hier. Mäht's hier vorne. Bad Shat eine Spot und mäht's hier vorne ab. Ich spotte... Mach du das, Marco. Ja, mach ich auch. Traumwagen können sie links wie rechts brauchen, Neckchen. Ja, aber da ist er wahrscheinlich... Hoshi, du bist so klug! Hoshi, das war gleich über das Acht oder der steht da hinten drin. Hoshi, du ordnst doch bei E2 sich positioniert. E2. Ja. Ja, na gut, da kann er überall in der Ridge stehen, ja. Aber das ist... Man weiß nie, was die machen. Wichtig ist vor der Kirche fahren, sonst seid ihr beide tot. Du kannst... Du kannst Retards nicht... ...analysieren, Eki. Oder die wollen links pushen und den dann bei uns... Ne, 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 ne. Schau mal hier. Ja. Boah, aber das ist schön, wenn die das... Oh, 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 oh. Ich mach's. Wow. Eki, sollen wir mit dem 113 dann gleich aggressiv gehen? Probier da hinten. Die zwei Bad Shats raus, alle beiden rüber. Und dann holt er die zweite. Da ist Kranwagen. Eki, da hinten lohnt sich dann eventuell gleich ein Arthur Strike. Ja, ist schon ready. Äh, na, du stehst da ein bisschen ungünstig. Ne, die stehen ein bisschen blöd. Echt, Yannick? Yannick, du Camper, ey. Ja. End mal Yannick ab. Ja, ne, ich muss nicht abcampen werden. Ich bin safe. Du bist wie ein 8 Camper. Ja, sorry. Oh, Miri, fahr nicht komplett rein, fahr nicht komplett rein. Leute, ganz kurz. Das ist so viel Output, man kriegt gar nicht die Befehle mit, ne. Ganz ehrlich, ich weiß jetzt gar nicht, wohin ich soll und warum. Also selber denk. Ja, bitte, wer den 113er hier abhält. Komm einfach aufruf pushen, oder auf die 113er? Ja, aufruf. Yolo. Aufruf. Aufruf. Ja, aufruf pushen. Game is run. Kommt keiner an den ran, oder? Oh, kack. Danke. Ich hab mich eigentlich gerade gesaved. Könnt ihr da draußen die Seite noch holen? Bei dem TPP und so? Äh, 2 gegen 2. Die haben noch zu viel AP. Äh, das fokussen die noch nicht, Mann. Komm, hinter mich, Proof. Äh, Miri, ich entlad mich gerade. Ich entlad mich gerade. Ich entlad mich gerade. Ecki. Da. Musst du helfen, wir gleich mal nen Arthur-Strike mit rein sind. 5 weiter. Ah, gib den. Ja, nicht so weit vorne. Ja, weiter neben. Ja, weiter neben. Oh, ey. Fokuss. Badjet von der Seite. Kommt 521. Komm, Leute, nehm ich raus. 1500er, 97 unten. 1067. Ähh, Akku, wir hätten überwieloht beide. Also, Badjet von der Seite. Kommt, Leute, nehm ich raus. 1 mit 3. 1 mit 3. 110 E5. 1600. Der ist getrackt auf das. E5 hab ich. Ne, doch nicht. Habe ich. Ne, ne, ne. Der hat schon 5 geladen. So, der ist fast leer. So, Crownwagen. Ich bin am nachladen. Nice, Jungs. Ja. Aber fahr einfach mit, oder? Hat sich der TPP nicht leert? Die Badjet ist nicht leer. Achtung, Ekki, der will dich. Der TPP? Der ist wahrscheinlich schon wieder nachgeladen. Ekki. Hast du den leer? Ach, Ekki. Geht ihr den Kranwagen selber? Oder soll ich... Wer ist denn da alleine? Ja. Ochsa, du bist alleine, ne? Boah, ey Leute, ich bin gebounced auf TPP. Du hast daneben geschossen. Ne, du hast daneben gesch... Ernsthaft? Ja. Ich bin gebounced. Als ob ich das erstes dann daneben schieße. Ja, du hast voll in den Dreck geschossen. Was meinst du mal so eine riesige Staubwolke war? Auto-Aim. Typische Anfänger-Ausrede. Ich hab daneben geschossen. Ja, ich hab daneben geschossen. Ich hab gebounced so. Du bist so ein Noob, ne? Haku, musst du das jetzt wieder für dich regeln, man. Haku, kann das. Haku, kann das. Nimm mal den Hyrule-Deutschschirm. Finish him. Den Hyrule... Hyrule, what? Achtung zu langer. Du hast hier einen Zugdäge gegeben, oder? Ich triff deine Gun. Nice. Mein Damage. Guter Teamspieler. Ja. Das wär übrigens mein Turm und nicht meine Gun, ne? Ja, dein Turm. Guter YOLO-Shit. Jaaaa! Ach, hier ist doch ein Weg, ne? Himmelsdom... Himmelsdom... Oh, ich hab gehört. Da nehmen wir Mäuse, ne? Was? Fünf Schüsse mit dem neuen Artie. Guck mal, war der Typ vorher bei Unica? Nein. Nein.